So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13, nachdem wir beim letzten Mal ja in diesen übelst langen Gang gelockt wurden, aus welchen Gründen auch immer, musste ich die Aufnahme abbrechen, weil ich dachte, alter, in meinem Haus sind seltsame Dinge vor, nee, es sind nur die Katzen gewissen, die komplett ausgerastet sind, aber es hat mich trotzdem nicht beunruhigt, naja, scheiß drauf, komm, wir müssen weitermachen, wir sind so kurz vor Spielende, sind wir wirklich so nah vor Spielende? Nee, es sind nur zwei andere Viecher, oh Gott, solche, okay, gut, dass wir seltsame Start haben, äh, kein Plan, wie ich jetzt gegen die vorgehe, ich bin ja auch gar nicht im richtigen Set, okay, klären wir erst kurz, so, Fan kann da schon mal ein bisschen Action machen, während seltsame noch alle buffed, weil sie scheinen, er ist nicht kaputt, Schaden zu machen, aber Fan wird zwar jetzt nicht so krass viel machen können, oh je, wird am Leben, Sass, wird alle am Leben, okay, da kommen die ersten Defense Buffs, okay, Sass ist diesmal nicht ganz gepennt, sondern, der rafft schon, was die Sache ist, noch kein anderes Buffs, also die Defense Buffs, ist schon ganz geil, so, jetzt buffen die sich anscheinend auch, das ist ja unlustig, ähm, wie ist es denn damit, mal ganz kurz, um mir noch ein bisschen Schaden aufzutreiben, weil Fan doch schon ganz gut wieder Schaden macht, mehr als erwartet zumindest, Okay, Sass frisst das, kein Problem, äh, okay, ich denke, jetzt hat jeder alle Buffs, die er braucht, ja, jeder hat Pro ETS, Courage, Ena, alles da, dann kann ich erst recht sogar ein bisschen angreifen, äh, vielleicht auch nicht, Okay, jetzt aber Ja, auch in Fan, dass wir echt schon, verdammt nochmal dominiert, finde ich nice, so, geil, das Segen, was auch immer, Segen der Natur, ja, heilig schön, gegenseitig, sieht mir gleich aus, ich glaube, die anderen werde ich dann gleich schnell töten müssen, sobald er einige tot ist, also, mal gucken, So, feier, mach kurz den Prozess, Nice, okay, dein ist tot, mal gucken, was der andere davon hält, dass der Kollege gestorben ist, Das wird bestimmt nicht ganz so geil finden, vor allem, weil da auch noch übel ist, resistent gegen den Angriff ist, scheiße, okay, finde ich gerade echt ungeil, weil damit fähige Potenzial nicht entfalten kann, mal gucken, wo wir ihn bekommen, da kann ich ja, wenn ihr uns selbst eigentlich im Verheerer lassen, dann müssten wir ja eigentlich mehr Schaden machen, Ja, wenn ein Gegner physische Resistenz hat, das tut natürlich dann Fang so ein bisschen rausnehmen, weil sie halt nur wirklich keinen magischen Angriff, ja, der hält was aus, Die zwei Blechern uns noch irgendwie ankommen, keine Ahnung, Die Hälfte müsste ich nicht drücken, was anscheinend auch nicht passieren wird, Äh, ne, wie viel dazu, So, na, guck, so ein bisschen kurz ist das noch mal selbst buffen lassen, Weil die Bachs verschwinden gerade, Die brauche ich einmal noch, Der Banner ist auf jeden Fall, eigentlich ist nervig erst der andere gerade, Okay, das Warten scheint schon wieder, Auch wenn er für sich nicht so viel Schaden macht, Ich muss ihn zumindest irgendwie effektiv killen können, Ich hoffe, Courage hält es noch ein bisschen an, Ach, natürlich nicht, Dreck, Wenn es wenigstens noch anhalten würde, Aber wir werden sowieso noch einen weiteren Schock brauchen, Von daher ist es egal, Der Typ geht jetzt nicht mit, Da ist Schockphase drauf, auf gar keinen Fall, Schock ist schon halb zu ändern, Wir sind noch nicht mal, wir sind gerade mal kurz über die Hälfte, Also so viel würde ich jetzt nicht tun, Verflugte Resistenz, Da aber das die größere so gefährlich aussah, Das ist der kleinere doch nur, Naja, Ihr wisst schon, Doch sind resistentes nicht viel, So, Seth macht sein Ding, Hat schon wieder alles, Das geht schnell, Noch irgendwo, Ja, Schoffel Fang hat gerade eine neue Courage bekommen, Sonst kann ich die nächste Schockphase vielleicht vergessen, Dass sie töten, So, jetzt aber, Okay, jetzt den normalen Angriff macht doch gar nichts, Dank Buffs, Ich frage mich, wie lange die Zeit für diesen Kampf war, Das kann ich gerade so schlecht einschätzen, So, Rhythm ist wie, Muss sowas mit drauf gehen, 3 Schockphasen für den Band, Oh, bei Ferien geht es so ziemlich alles raus, So ne scheiße, Okay, Jetzt bleiben wir doch fast haben es aber alles gut glaube ich, Ah, Da geht auch eh nach weg, Okay, scheiß drauf, War gut, War gut, Wow, 4 Minuten 45, Nett, Na man, 32.000 KB, Cool, Ich durfte jetzt nur für diesen einen kleinen Bosskampf, Und die Trainer dort, Oh, Wann zum Teufel sind wir denn jetzt gelandet? Wann zum Teufel sind wir denn jetzt gelandet? Mhm, Wenn es eine gibt, Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht tun, All diese Seat für Menschen sind, wie wir. Aber das ist das, was Bartanderlis geht. Nichts sehen Sie? Wir machen uns schuldig, Wir verlieren die Hoffnung. Und als nächstes, wenn wir uns aufhören, dann ist die Zeit der Fokus. Wait, bis wir sind kaputt, und aufhören. Ja, wenn du das denkst, haben wir alle diese Empathie, das macht uns Menschen zu einem großen Vorteil. Vielleicht. Aber es ist auch das, was uns gefährlich macht. Bang? Was ist falsch? Oh, nichts. Es ist nur, dass die Zeit langscht. Es ist okay. Meine Meinung ist aufhören. Wir machen uns jetzt nur Kukun. Ja. Ich glaube, wir werden. Eure Heimat? Ihr werdet keine Heimat mehr haben, Kollegen. Ihr werdet keine Bestimmung erfüllen. Ich stelle euch hier gerade nur gegen die Götter. Obwohl, mal ganz interessant. Was ist denn, wenn ein Falsi stirbt, der eine Bestimmung aufgelegt hat? Ich meine, klar, der ist dann tot, ne? Soweit. Aber, was ist denn Falsi? Ja. Haben wir den Falsi gekillt, der uns diese Bestimmung aufgelegt hat? Ich glaube nicht. Der kam nur irgendwann runter und hat gesagt, so, yo, das ist jetzt echt nice und so. Aber die Kilt haben wir ja nicht. Von daher ist es einmal ganz interessant. So, das Buff-Team scheint da auch ganz geil zu funktionieren. Ich wissen, was lewinnen kann ich noch. Äh, wo gibt's denn noch viel Magie und TP? Was sind 20? 25? Okay, hier geht noch ordentlich was. Ich bin hier schon einmal rum. Aber zum größten Teil. So, Magie geht immer. Ein bisschen TP geht auch noch. Stopp gar. Klar. Ah, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Noch ein bisschen Magie. Und, achso, das wäre Angriffskraft gewesen. Na scheiß drauf. Ähm, bei dir Angriffskraft. Und, tp. Ist das schon einmal rum? Nee. Boah, die Werte sind aber schon hart lächerlich. Plus 10. Dafür, dass es ordentlich kosten soll. Ist doch ein bisschen TP. Nicht lieber das mit. So, fähigen Angriff. Gibt's doch irgendwo Angriff bei dir. Da gibt's noch zwei. Zwei letzte Punkte. Hier sind wir das ja. So, da haben wir das Fan nämlich bei ihrer Angriffskraft. Maxed. Und das ist gar nicht mal so geil. So, das noch. Und. Mehr wird auch. Nee, hier. Ja, noch aufspiel. Ich kann immer das Leben nicht abbrechen. Auch nicht. So, hier. Damit kommt es jetzt auf einen insgesamten Wert von 2028. Und da müssen die Kraftvorschläge noch gar nicht maxed. Vielleicht sollte ich noch kurz maxed. Weil man sieht ja, wie dringend wir den Angriff brauchen. Aber das mache ich mal auch kurz. Ähm, hier. Da. Wie war er noch gehen wird? Keine Ahnung. Ein bisschen was wird's auf jeden Fall noch fressen. So, verdreifach. Das ist schön. Tja, schwer anzuschätzen. Das war maximal zwei Level. Wie weit wird denn das so gehen? Okay. Ne, ich denke es war so, wie ich was gemacht hab. Mal weitere 30. Wie sieht man Upgraden aus? Habe ich natürlich wieder nichts. Ja, vielleicht ist es auch schon das Maximum, was geht. Oder muss ich... Ne, Upgrade war nicht in einem separaten Fenster. Äh, was kann ich denn bei Fang noch so hochleveln? Äh, Kraftvorschläge, Streiterei, Variantenreif. Okay, mal gucken, was da Variantenreif, was da gibt, da noch was machen kann. Wenn ich schnell finde, da. Ach, eine rote Legierung. Das ist schön. Damit kommt das Ding sogar... Wow. Okay, paar Level noch. Das Ding ist dann schon fast max. Ich glaube ein Level wird das noch. Oder zwei höchstens. Gut, dass ich hier noch ein bisschen was rumliegen hab. Ach so, auch schon mal in 30 Vertreiber. Sonst. Das finde ich schwer nicht. Das blöde E-Light-Element. Ah, okay. Äh... 3200... Reicht nicht. So, ja. Oh. War doch kalt genug. Okay. Jetzt aber. Nice. Damit kommt sie jetzt auf einen Wert von... 2088. Finde ich gut. Kann man machen. Also, wenn ich meinen Gegner richtig im Setup hab. Dass ich buff bin und er schockt. Geschockt. Dann... Kann ich da richtig üble Action machen. Sagen wir jetzt nie, dass es auf einem Plasmus weitergeht. Was genau wird das jetzt? Wenn es fertig ist. Ähm... Okay. Okay. Ein Portal zum durchgehen. Bitte keine Monster. Nö. Sogar relativ friedlich hier alles. Doch nicht. Ah... Und ich hatte schon Hoffnung für eine kleine Sekunde. Ein Item. Äh... Kann ich da einfach kämpfen und durchgehen? Wozu sollte ich sie sonst bitte jetzt? Ich werde meinen Startparadik mal noch eine Runde ändern. Ähm... Ja... Ich glaube das wird Sinn machen. Was müssen wir uns für einen anfangen? Erstmal muss der Typ selber ja drauf gehen. Oh... Er fängt so ein Schritt an. Okay. Das gibt mir erstmal Zeit schon mal... Ein bisschen drauf zu hauen. Und den Schock zu erhöhen. Weil da kommt nämlich das Schellschwert. Und dafür kann ich ihm nochmal wehtun. Oh shit. Okay. Okay. Alter. Ah... Gut das wächst jedes Mal so schnell geht. Krank. Sess. Okay. Ah... Da schwert sich sowasem weh. Selbst blöd hast. Ich kann nichts machen. Das Ding unterbricht meine Handlung. Ist so böse. Ah... Ah... Jetzt passiert was. Okay. Ich hoffe Fang schafft es irgendwie das Riesenmiss kaputt zu machen. Weil das Schwert können wir schon mal nicht angreifen. Oh das Ding hat sogar... So einen fucking... So einen fucking... Buffangriff. Was war das gerade? Ach das Ding nur als Elementar. Und selbst hat uns grad gegen Elementar gebufft. Nice. Okay. Kann ich vielleicht mal kurz noch ein bisschen mehr Schock irven im Victor Song. Einfach damit ich ein bisschen mehr Schaden klatschen kann. Okay. Vielleicht nicht. Ah... Ah... Warum... Ja... Warum die jetzt nicht einfach Wicra nehmen konnte. Ich würde es jetzt echt selbst auswählen müssen. Wohl zum Teufel ist ja Wicra. Oh mein Gott. Ich kann noch so viele Buffs haben. Blöd, dass das kein Heiler ist. Und das ist jetzt. Wohl zum Teufel. Ach so. Wie scheiße. Ist der ist tot? Ja, das ist der Krampfer hier auf die Zettel gelaufen. Wahrscheinlich. Ich würde mir verhängen, wo den Kill bekommen, aber... Es ist unwahrscheinlich. Der hat einfach meinen Engel abgebrochen. ja geil absolut hammer neues gegner herrlich gegen sowas spielt man noch gerne wir brauchen mehr tp viel mehr tp auf wenn ihr mich um die rand schleichen das wohl glaube ich nicht möglich mit paradigma schon geändert also ich muss am anfang schon ganz gut für so viele schockpunkte möglich sorgen damit fang während ich heile und selbst bafft wieder so viel schall wirklich reindrücken können ich glaube das ist jetzt nicht der einzige weg da kommt jetzt nicht schon das ist ein bisschen das hat in der ziel ich weiß habe schon ein halbes leben runter gedrückt es ist nicht prima selbst mit protest und allem drum und dran der handelung unterbrechen darf ja sowieso jedes mal wieder selbst mit potter ist so ein kranker schaden einfach keinen ordentlichen hier rein das war das ja was ich lieb gelaufen gute frage wenn ihr das freut mich aber auch eine scheiße lassen mich doch einfach vorbeispiel ist das so schwer der irgendwie mit dem verteidiger auch noch ankommen das geht gar nicht klar dieses dreckschwert ist der einzige grund um jetzt überhaupt töten kann ich werde mir auch versuchen das fiesesteil wirklich zu schocken oder so einfach mal nie so viel heilen sondern zusehen auch 2000 schaden noch mal zu sein dass ich da ein bisschen action mache ich bin dort das war's warum das ich auch immer auf mich geht dass sie geht nie auf hängen das geht immer nur auf 6 und wenn wir nie auf hängen fast 10.000 schaden wie soll ich denn bitte gegen 10.000 schaden ankommen alter ich kann fänger leider nicht sagen so von wegen yo greift doch mal bitte woanders an wenn das ziel erstmal gesetzt ist dann bleibt ich habe das auch gesetzt das ist absolut traurig ich habe mich auch für wirklich keine anderen taktiken so kann ich schon mit dem teilen anfangen das ist aber eine verschwendete atb oh mein gott ja 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 mit bis er endlich mal einfällt dass er vielleicht mal gegen elektrizität buffen müsste bin ich sowieso schon fünfmal gestorben oh ne diesmal selbst erwischt weil jetzt die buff gerade weiter auf ein neues ich habe mich schon mit dem typen ist wenn ich jedes mal 12.000 schaden reinhaut 1,7 millionen hat er bei 1,4 verratzen ist doch nicht schlecht ich müsste zwischendurch nur mal ein kleines anderes fenster finden ja mal kurz mal aber auch ein bisschen glück kann ich ihn jetzt hochdrücken den schock naja ich glaube das könnte funktionieren erst mal 35 ist ich bin selbst am leben wenn ihr mein gott so ich muss echt hoffen dass es sein dass ich zusammen schaffen von mir gibt es gar keinen sofort und bin ich dort oder das team macht direkt die angriffstirale weiter hoch mit den lebenspunkten hoch hoch wie kann das hier mal nicht geschockt sein perfekt noch mal macht hin die laufen schon so auch wenn hier drauf jetzt ok er muss erstmal schon mal keinen schaden das macht uns ein bisschen leichter das würde ich mir auch hoffen ja ich glaube fein macht zwei angriffen jetzt wird da hast du auch los fang fang oh ja 3 sterne 3 minuten für einen so penner cool was ist jetzt hier vorne cool bis zum